Hier schreibt jemand, dass es günstiger wäre, sich Eistee zu kaufen, anstatt ihn selber zu machen. Das kann man ganz einfach berechnen. Man braucht ungefähr 40 Cent für vier Teebeutel und dieses Wasser hier ist Leitungswasser und hat ungefähr 2 Cent gekostet. Wegen diesen zwei Esslöffeln Zucker kommen nochmal 2 Cent obendrauf und Eis oder sowas ist ja nicht drin, wenn man sich Eistee kauft, deshalb können wir das vernachlässigen. Also insgesamt 44 Cent, sagen wir 50 Cent. Auf jeden Fall haben wir 1 Liter Eistee, weniger Verpackungsmaterial und wir wissen, was drin ist. Zu wild.